Jo Leute willkommen auf meinem Kanal, heute schauen wir uns mal den Shop an, aber als erstes sehen wir hier eine neue Waffe, demnächst Trommelgewehr, darauf bin ich auf jeden Fall sehr sehr gespannt, ich hoffe sie wird nicht so wie ein LMG sein, weil die LMG die verzieht wirklich sehr sehr, aber das ist wieder ein anderes Thema, also so sieht der Shop aus, kommen wir dann als erstes dann zu den vorgestellten Gegenständen, dann war einmal die Detektivin, die ist neu rausgekommen heute, mit der vertraulicher Falle, vertraulicher Fall, genau, ist auf jeden Fall sehr sehr geiler Skin, und dann haben wir noch einen Noir, wer ist er, Noir, ach keine Ahnung, der finde ich persönlich am besten, mit der Tasche auch noch, der Detektiv finde ich wirklich am besten, mit so einem Schnauzer, dann haben wir noch einen, der nennt sich Schnüffler, ist auf jeden Fall sehr sehr geiles Siggins dabei, für 1500 V-Bucks natürlich, so passend dazu haben wir noch ein Hängegleiter, Witz Modell 1, ist auf jeden Fall was sehr sehr Neues, also auf jeden Fall was sehr sehr Geiles, vor allem, für 1200 V-Bucks, ist was geiles, auf jeden Fall, dass so ein Auto als Hängegleiter da ist, so dann haben wir noch eine Spitzhacke, die nennen sich Lupenhacke, die ist auf jeden Fall sehr sehr geil, also die finde ich wirklich sehr sehr gut, für 800 V-Bucks, auch eigentlich was für, auch eigentlich auch sehr sehr billig, so, dann kommen wir zu den täglichen Gegenständen, da haben wir einmal mal Farmbomber, für 1200 V-Bucks, ist immer noch ein sehr sehr geiles Skin, kann man sich nur heute gönnen, dann haben wir noch eine Spitzhacke, die nennt sich Geist, ich finde die Spitzhacke Geist, ähnelt wirklich sehr sehr an, hier, an diesen Omega Spitzhacke, ich zeig euch mal, ja, an die, die ähnen wirklich sehr, und meiner Meinung nach, lohnt es sich gar nicht, Geist, also die Spitzhacke Geist zu holen, also nur meine Meinung, so, dann haben wir noch ein Emote, nennt sich Stocksauer, für 500 V-Bucks, wird aktualisiert und wir sehen mal einfach mal rein, okay, das ist Stocksauer, jetzt darf ich euch mal den nochmal, ja, ihr wundert euch bestimmt, warum steht da oben aktualisiert, hier unten auch noch aktualisiert, hier, guck mal, von, von den Gesichtern, also da wird wirklich, ist geändert, also, Gesichtsausdrücken, die wurden jetzt neu gemacht, das ist wirklich sehr sehr geil, so, dann noch ein Outfit, also ein Skin, dann bin ich Waffenexpertin, Experte, für 1200 V-Bucks, ist ein sehr sehr geiler Skin, auf jeden Fall, da haben wir noch, nochmal ein Emote, der nennt sich Sauber, für 500 V-Bucks, und wir schauen mal einfach rein, das ist auf jeden Fall ein sehr sehr geiler Skin, also Skin, genau, auf jeden Fall ein sehr sehr geiler Emote, also von den beiden, würde ich mir wirklich sauber holen, den finde ich wirklich sehr sehr cooler und geiler, auf jeden Fall, so, dann haben wir noch einen Hängegleiter, der nennt sich Leuchtflug, der ist von den Neonleuchten-Sets, für 500 V-Bucks, sehr sehr billig, auf jeden Fall, es leuchtet auch wirklich sehr sehr geil, also es ist schon auffällig, aber meiner Meinung nach, würde ich den jetzt nicht holen, so, das war's dann mit dem Video, ich hoffe, es hat euch gefallen, lasst ein Leiter, und ciao, ciao.